Was ist die Verbindung zwischen Koffein und Cortisol? Die Verbindung zwischen Koffein und Cortisol besteht darin, dass der Körper koffeinhaltige Getränke oder Lebensmittel dazu bringt, zusätzliches Cortisol freizusetzen. Koffein wirkt als Stimulanz und kurbelt den Stoffwechsel für kurze Zeit nach dem Verzehr an, was viele Menschen der Meinung sind, es sei hilfreich für die Gewichtsabnahme. Cortisol ist ein Hormon, das Teil der Reaktion des Körpers auf Stress ist. Studien deuten darauf hin, dass es bei häufigen Auftreten zu Gewichtszunahme führen kann. Einige Experten schlagen vor, dass der Konsum großer Mengen Koffein zu erhöhten Cortisol-Spiegeln führt. Nach dieser Theorie gibt es oft einen Appetitschub, wenn dies auftritt, und eine zunehmende Tendenz zur Gewichtszunahme, insbesondere durch die Einlagerung von Fett im Bauchbereich. Wenn man die Verbindung zwischen Koffein und Cortisol betrachtet, ist es eine gute Idee, eine Vorstellung von der Wirkung jeder Substanz im Körper zu haben. Koffein wirkt im Körper als Stimulanz und bewirkt eine kurzfristige Steigerung des Stoffwechsels. Dieser Stoffwechselschub bedeutet, dass der Körper Kalorien schneller verbrennt, weshalb Koffein häufig in Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtsabnahme enthalten ist. Einige Experten empfehlen auch den Konsum von koffeinhaltigen Getränken oder Lebensmitteln, bevor sie trainieren. Dabei wird vermutet, dass der kurze Metabolismus-Jub der Person hilft, beim Training mehr Kalorien zu verbrennen. Cortisol ist ein Hormon, das vom Körper als Reaktion auf Stress produziert wird. Es bewirkt eine Steigerung der Wachsamkeit und mentalen Schärfe, um den Einzelnen im Umgang mit einer stressigen Situation zu unterstützen. Es kann auch dazu führen, dass der Körper Muskelgewebe zur Energiegewinnung nutzt, indem es für einen zusätzlichen Kraftstoffstoß abgebaut wird, um dem Individuum zu helfen, körperlich auf Angstzustände zu reagieren. Cortisol soll nur als kurzfristige Reaktion auf Stress im Körper aktiv sein. Die Beziehung zwischen Koffein und Cortisol ist so, dass der Konsum von koffeinhaltigen Gegenständen auf konsistenter Basis dazu führt, dass das Hormon für längere Zeit erhöht wird. Das ständige Vorhandensein von Koffein und Cortisol zwingt den Körper, so zu reagieren, als stünde er ständig unter Stress. Die erhöhten Cortisol-Spiegel bewirken, dass die Person einen erhöhten Appetit verspürt und häufig zu übermäßigem Essen führt, insbesondere bei ungesunden fetthaltigen Lebensmitteln. Langfristig führt dies in der Regel zu einem Anstieg des Fettgewebes im Bauchbereich. Dies ist der ungesundeste Ort, um Fett einzulagern, da es zu Diabetes und Herzkrankheiten führen kann. Es kann auch zu einer früh einsetzenden Osteoporose aufgrund einer verlorenen Knochendichte führen. Obwohl Koffein oft zur Gewichtsabnahme angepriesen wird, weil es den Stoffwechsel ankurbelt, kann seine Übernutzung aufgrund der erhöhten Cortisol-Spiegel tatsächlich zu Gewichtszunahme führen. Einmäßiger Konsum von Koffein wird im Allgemeinen als sicher angesehen und setzt diesen kontraproduktiven Zyklus normalerweise nicht in Gang. Einige Gewichtsverlustformeln behaupten auch, dies zu verhindern, indem sie die Wirkung von Cortisol blockieren, aber weitere Studien sind erforderlich. Sowohl Koffein als auch Cortisol können das natürliche Gleichgewicht des Körpers beeinflussen, wenn sie ständig im System eines Individuums vorhanden sind, jedoch in angemessenen Mengen von Vorteil sein können.